Man sieht auch wieder hier welche Begeisterung hier ist und wir tun unser Bestes heute Abend dieser Begeisterung auch gerecht zu werden, vor allem in der nächsten Saison. Das war's für heute Abend. Wir freuen uns auch in diesem Jahr wieder hier zu sein und dass wir solch zahlreiche Unterstützung haben. Das hat uns im Laufe der Saison unglaublich geholfen und das ist einfach fantastisch, so viele Fans hier zu sehen, die die weite Reise auf sich genommen haben. Dann wird das mit uns bestimmt auch ein schöner, feucht, fröhlicher Abend, wo wir auch feiern können und das sollen wir heute auch alle machen.